Die Pflichten des Praktikumsgebers ergeben sich selbstverständlich auch aus dem Praktikumsvertrag. Aber nicht nur. Sogar das Grundgesetz gewährt Schutz. Denn Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz geben dem Praktikanten das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Beachtung seiner Würde. Heißt auf den Praktikumsvertrag bezogen, die vereinbarte Ausbildung und die vereinbarte Tätigkeit müssen vom Praktikumsgeber erbracht werden bzw. abgerufen werden. Die Vergütung ist eine weitere Pflicht des Praktikumsgebers. Auf freiwillige Praktikumsverhältnisse ist die Vergütungsregelung über § 26 Berufsbildungsgesetz anwendbar. Die Vergütung muss angemessen sein. Ist sie nicht angemessen, ist sie unwirksam. Das Problem sind hier wieder die verpflichtenden Studierendenpraktiker mit Hochschulbezug. Auf diese Praktikumsverhältnisse soll ja gerade das Berufsbildungsgesetz keine Anwendung finden, sodass es leider immer noch Praktikumsgeber gibt, die keine Vergütung bezahlen. Und das auch noch zu Recht. Das kann aber nicht richtig sein. Dieses Recht ist überholt bzw. dieses Recht hätte so nie bestehen dürfen. Da ist der Bundesgesetzgeber gefordert, endlich zu handeln und verpflichtende Studierendenpraktiker mit Hochschulbezug den anderen Praktikumsverhältnissen gleichzustellen. Über 80% der Praktikumsgeber gewähren auch verpflichtenden Studierenden mit Praktika und Hochschulbezug Vergütung. Das ist dann nicht das Thema. Aber es gibt leider immer noch Praktikumsgeber, die keine Vergütung entrichten. Wichtige Pflicht ist die Fürsorgepflicht. Der Praktikumsgeber hat dafür zu sorgen, dass der Praktikant nicht unangemessen behandelt wird, dass kein Mobbing stattfindet, dass keine sexuelle Belästigung vorliegt. Diese Fürsorgepflicht ist immens. Dazu hat er die Pflicht, das Leben und die Gesundheit des Praktikanten zu schützen. Das heißt, Räume und Gerätschaften so vorzuhalten, dass sie die Gesundheit des Praktikanten nicht beeinträchtigen. Weitere wichtige Pflicht ist aus meiner Sicht die Pflicht zur Urlaubsgewährung. Denn Urlaub ist auch für Praktikanten wichtig. Und wenn sie drei Monate Ausbildung und Tätigkeit in einem Betrieb absolvieren oder auch länger, dann kann es nicht sein, dass Arbeitnehmer in demselben Zeitraum, Auszubildende in demselben Zeitraum Urlaub bekommen und insbesondere die Studierenden, die ein verpflichtendes Studierenden-Praktikum mit Hochschulbezug absolvieren, keinen Urlaub erhalten. Also die Urlaubsgewährung ist wichtig. Und die nächste wichtige Pflicht ist bei Beendigung des Praktikumsverhältnisses die Zeugniserteilung auf Originalbriefpapier mit Originalunterschrift oder Unterschriften. Und zwar eben in schriftlicher Form. Die elektronische Form per E-Mail reicht nicht. Heißt, die Pflichten ergeben sich insbesondere aus dem Praktikumsvertrag für den Praktikumsgeber. Aber die Pflichten gehen auch über die Regelungen des Praktikumsvertrages hinaus. Interessiert ihr euch für mehr Informationen zum Thema Praktikumsrecht? Schaut unter www.wissen-kompakt.eu oder in meinem Buch Praktikumsrecht die wichtigsten Fragen und Antworten.